Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die zuverlässigen Helfer sind ja heute in keinem Haushalt mehr wegzudenken. GOP hat unter dem Vertrauensbegriff Satrap das grösste Angebot in der Schweiz an Elektrohaushaltgeräten, und zwar über 60 verschiedene Apparäte, also von der vollautomatischen Wäschmaschine bis hin zum leistungsfähigen Dampfbügelise. Das Dampfbügelise Satrap Vapo braucht ganz gewöhnliches Leitungswasser. Dank dem eingebauten Sensor wird der Dampf am Gewebe entsprechend automatisch reguliert. Der Satrap Mixer hat einen 140 Watt Motor und dreht Geschwindigkeiten. Natürlich kann man damit auch knetten und auf Wunsch ist noch ein Mixstab erhältlich. Diese Satrap Kaffeemaschine bietet ganz besondere Leistung. An dieser Wählscheibe können Sie Ihre Wasserhärte einstellen. Und dann zeigt Ihnen das Sichtfenster rechtzeitig an, wenn diese Satrap Kaffeemaschine entkalkt werden muss. Ein speziell leistungsfähiger Luftbefeuchter, das ist der Satrap Humifresh. Der Satrap Humifresh saugt die Luft mit einem Ventilator an und bläst sie dann durch nasse Filtermatten durch. Also tut der Satrap Humifresh die Luft nicht bloß befeuchten, sondern auch reinigen. Und zudem braucht er sehr wenig Strom. Elektrogeräte sind ja beliebte Geschenkartikel. Und da kann Ihnen diese Coop-Broschüre ganz besondere Tipp geben, worauf Sie beim Kauf eines Elektrogerätes achten sollten. Sie kommen diese interessante Broschüre über und zwar kostenlos in allen Coop-Verkaufsstellen mit Satrap Elektrogeräten. Apropos Konsumenteninformationen. Sind Sie schon Mitglied? Ja, als Mitglied profitieren Sie zum Beispiel von Sonderaktionen. Sie können billiger reisen und Ferien machen oder mit dem Coop-Anlageheft können Sie günstiger sparen und so weiter und so weiter. Ausserdem kommen Sie jede Woche Coop-Zeitung über, wo Sie sich informieren können. Melden Sie sich doch einfach an die nächsten Woche in Ihrem Coop-Laden. So, jetzt danken wir fürs Zuschauen und wünsche Ihnen allen noch einen rechten... Moment, ich habe hier noch eine erfreuliche Meldung für alle Einwohner von Oberentfelden im Kanton Aargau. Morgen Morgen, um 8 Uhr, geht das neue Coop-Center auf. Sie sehen, Coop sorgt immer wieder für neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten. Und jetzt wünschen wir Ihnen wirklich einen rechten schönen Abend. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 500 Gramm Midiröste fixfertig für 1,85. Vier helle oder dunkle Arni-Branchen für 1,10. Ein Beutel an 250 Gramm Minimass oder Mini Milky Way für 2,25. Ein Liter naturtrüben Äpfelsaft für 90 Kappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Frischbackbutterzopf zum selberfertigbacken an 400 Gramm statt 240 nur 1,90. Ein Kilo Bananen für nur 1,70. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt Textstar Kinder Manchester Jeans aus 100% Baumwolle in verschiedenen Farben für 11 bis 15 Franken, je nach Grösse. Auf Wiedersehen bis nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.